Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insights zu den aktuellen S04 News. 2.573 Tage musste unser Ex-Spieler Benjamin Stambouli warten. Am Sonntag aber gelang ihm endlich wieder mal ein Fliegspiel-Tor. Für Adana Demispor wurde er zum Matchwinner. Der ehemalige Schalke-Profi Benjamin Stambouli durfte am Wochenende endlich mal wieder jubeln mit seinem neuen Verein. Demispor feierte der 31-Jährige einen dramatischen Lasminizzi gegen Giresunzpor und Stambouli selbst war dabei der gefeierte Held. Der defensiv-Mittelfeldspieler konnte nämlich den 1-0-Siegtreffer in der dritten Minute in der Erdzeit erzielen und für den Franzosen war es das erste Tor für seinen neuen Klub aus der türkischen Hauptstadt. Besser gesagt, es war Stambouli's erstes Tor seit dem 27.11.2014 und damit natürlich auch eine pure Lösung für unseren ehemaligen Kapitän. Das heißt, 2573 Tage lang erzielte er in Fliegspielen keinen Treffer mehr. Sein zuverletztes Tor schoss Stambouli noch für Tottenham beim 1-1 gegen Partizan Belgrad in der Europa League. Danach folgten sieben Jahre ohne einen Treffer. Für PSG blieb bei Ende 2015 16.40 Fliegspielen torlos. Für Schalke traf er zwischen 2016 und 2021 in 133 Partien auch nicht. Dementsprechend groß war bei Stambouli die Freude am Sonntagabend. In unseren Medien postet er der Defensiv und ein Bild, das ihm am Torjubel zeigt. Dazu schrieb er, sehr wichtiger Sieg. Vielen Dank für die Unterstützung. Zusammen sind wir stärker. Bei Adana Demis-Boyser Stambouli seit seinem Wechsel im Sommer eine feste Größe. Seit Saisonbeginn hat er beim Aufsteiger kein Spiel verpasst. 14 Mal stand er in der Startformation, nachdem er in den ersten beiden Saisonspielen noch eingewechselt worden ist war. Zwei Assists hat er zudem auch noch auf seinem Konto. Und ich gönne das Stambouli, dass diese Erlösung nun da ist, dass er endlich mal wieder getroffen hat. Ich hätte ihm auch auf Schalke ein, zwei Tore gegönnt, weil ich fand ihn menschlich gesehen wirklich immer gut, immer top. Hat mich auch damals selber seine Vertragsverlängerung gefreut. War aber auch der Meinung, dass das Kapitel Schalke-Stambouli im Sommer zu Recht das Ende gefunden hat, weil irgendwie lief auch bei ihm am Ende gar nichts mehr zusammen. Gönne ihm aber nur noch den Erfolg in der Türkei. Eure Meinung zu Benjamin Stambouli gerne mal in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf an alle Schalker.